Hallo Leute, Willkommen zu euren neuen Pokemon Show. Wir spielen dieses Mal im Underused Tier und unser Team besteht dieses Mal aus Slowking, Backscalibur, Slidering, Donphan, Tinkerton und Staraptor. Wir spielen hier in physisch Tiefen wie Slowking, Mechillo Reception, Slack of Future Set und Thunderwave. Ich muss sagen, Slowking ist eigentlich eine sehr gute Wall, vielleicht sogar die beste im derzeitigen Yu Yu Tier. Und dann spielen wir Backscalibur. Dieses Pokemon will ich einmal ausprobieren. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Als Drachentänzer könnte man sagen. Es kann Dragon Dance, Icicle Spear, Erdbeben und Claybrush. Ich bin gespannt wie gut Claybrush ist. Wir haben auch das Item Loaded Dice. Dieses Item sorgt dafür, dass Icicle Spear mindestens viermal trifft. Ich bin gespannt, dann spielen wir noch ein Slightwing Choice Band mit First Impression, Newton, Close Combat und Wild Charge. First Impression Choice Band kann guten Schaden machen. Oder wir drücken einfach mal die Jute. Ein hartes Wesen für den maximalen Damage Output dann ein. Physisch Defensive Stonfahren mit Tanschen, Erdbeben, Rapid Spinner, Knock-Off. Ganz normal eigentlich. Aber wir spielen hier vier Speed, EV sind Speed und gegnerische Dome-Fans zu speden zu können. Dann spielen wir hier ein Tinkerton. Mix Defensive. Es kann Playruff, Gigaton Hammer, T-Wave und Protect. Ich habe das Pokémon noch nie ausprobiert, obwohl ich schon immer mal Gigaton Hammer ausprobieren will. Bin gespannt wie das funktioniert. Man könnte ja Gigaton Hammer drücken, Protect und dann nochmal Gigaton Hammer. Denn diese Attacke kann man nicht zweimal hintereinander benutzen. Und zu guter Letzt spielen wir noch ein Choice Band Staraptor mit Reckless. Es kann Brave Bear Close kommen mit Double Edge und Newton. Dieses Pokémon macht auf jeden Fall enormen Schaden. Und auf jeden Fall, dies ist unser Team und ich werde nun den ersten Gegner suchen. Unser erster Gegner spielt den Ring Team. Das will ich auch nochmal ausprobieren. Er hat Floatzel, Pelipper, Kilowatt-Rail, Mamiqma, Donphan und Golduck. Props an Golduck. So. Er wird wahrscheinlich mit Pelipper liegen und unser bester Switchen. Also Backscalibur ist sick gegen ihn. Auf plus 2 oder auf plus 3 sind wir schneller als alle seine Pokémon. 770, 2,5. Wir müssten eigentlich dann schneller sein als ein Floatzel. Und dann wird er gewinnen. Aber wir müssten jetzt auch mal auf plus 3 kommen mit Drachentanz. Gut. Wir leiden einfach mal mit Staraptor. Er leiden mit Pelipper. Okay. So. Wir gehen jetzt einfach mal auf Double Edge. Denn... oder Brave Bird. Weil eigentlich ist Brave Bird hier besser. Denn er hat kein Ghost-Type, um Pelipper anzuchippen. Ist in der ersten Runde schon wichtig, dass es nicht mehr so oft reinholen kann. Gut. Floatzel. Unser Floatzel-Switch-In ist hoffentlich Slowking. Wavecrash macht too much Schaden. Okay. Slowking ist nicht unser Switch-In. Wir werden jetzt einfach mal rauswechseln. Ehrlich gesagt hasse ich. Gegen Wasser-Teams zu spielen. Mir kommt jetzt einfach vor, dass die einfach richtig stark sind derzeit. So. Ähm... Der wird auf Wavecrash gehen. Tinkerton. Werfen wir Tinkerton ab. Ich sehe den sowieso nicht so stark hier. Dann werfen wir Tinkerton ab. Wir können hier... Ich dachte wir könnten einmal Protecten. Aber nein. So. Jetzt gehen wir in Slider Wing. Und wir können jetzt einmal First Impression drücken. Die Attacke macht gegen jedes Pokémon Schaden. Auch gegen Kilowatts Rail. Oder... Es ist okayer Schaden. Den kann man nehmen. Gut. Wir... Gehen in Dompfern. Wir haben kein Hurrikan-Switch mehr. Ich merke gerade. So. Wir gehen in Slowking. Der Tanken. Hurrikan. Oder in Weatherball. Noch besser. Sehr schön. So. Und jetzt gehen wir in Dompfern. Predicten. Nicht Weatherball. Ist der Spex? Ist der Spex? So. Wir Stairs Rocken hier. Der müsste eigentlich Spex sein. Das heißt, wir können in Backscalibur gehen. Und jetzt einfach mal Drachen tänzen. Drachen tanzen. Mhm. Gut. Er geht mit Mimikma. Wir können Icicle Spear hier drücken. Jetzt sehen wir die Macht von Icicle Spear. So. Discus. So. Wir treffen mindestens viermal. Hoffentlich treffen... Ja, okay. Das reicht aus. Perfekt. Gut. So. Backscalibur Kanten mit Icicle Spear ist das nächste Pokémon. Besiegen wenn wir fünfmal treffen. Bitte Backscalibur. Bitte Item. Hilf mir. Perfekt. Sehr schön. Jetzt braucht man auch nicht Werte Link als Fähigkeit. Welche Fähigkeit hat eigentlich das Pokémon? Thermal Exchange. Okay. Wenn es von Feuerattacken getroffen wird... Mhm. Steckt unser Angriff. Ähm... Der wird hier auf die U-Tank gehen. Clave Rush? Okay. Die nächste Attacke macht dann doppelt so viel Schaden. Das ist gut. Ok. Kilowatt Rel. Wir sind schneller als ein Kilowatt Rel eigentlich. Außer der ist Scarf. Ähm... Clave Rush? Okay. Wir sind schneller. Clave Rush ist eigentlich insane, muss ich sagen. Golduck. Wir tanken eine Attacke. Und Clave Rush kill den. Okay. Vielleicht hätte Floatel nicht uns killen können. Nein. So. Wie sind die Stats eigentlich von diesen Dingen? Der Angriff ist enorm natürlich. Die HP auch. Der hält auf jeden Fall sehr viel aus. Drache Eis ist jetzt nicht das schlechteste Typing. Somit hat es keine Eisschwäche. Also ist dieses Pokémon eigentlich gut. So. Der nächste Gegner hat... ... ... ... ... Excalibur. Das ist ein Hyper Offense Team. Denn derzeit gibt es ja... Wir werden anscheinend im Overused... ... ... rennen da sehr viele... ... Hyper Offense Team... ... Hyper Offense Team umher. ... 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 So, okay, wir T-Wafen den auf jeden Fall mal. Der D-Dance gleich in der ersten Runde. Bitte keine Lumberry, schade, der hat eine dumme Lumberry, das heißt, wir gehen nochmal auf. Warum hält dieses Ding nichts aus? Ich denke mir immer, das ist eine richtig geile Wall, aber der ist kacke. Ja, Slowking und Thunderwave. Okay, überschätze ich den? Der hat ja sehr viel HP. Okay, wir haben sehr viel in Balken investiert, ist das der Grund? Outrage? So, wir gehen jetzt einfach mal raus. Wow, also, wir gehen in Dompfern, maybe? Ist das ein Two-Shot? Okay, Salamence killt mich hier extrem. Fairy, Waterbug, Ground? Der ist flying. Okay, wir können mal die Rocks rausholen, Knock-Off bringt hier uns gar nichts. Wir gehen aber trotzdem auf Knock-Off, denn sonst können wir den nicht wirklich treffen. So, okay, gut. Wir gehen in Sliderwing, der ist gelockt, First Impression müsste aber das Pokémon eigentlich killen. Wir sind Choice Band. Perfekt. Aber wir haben zwei Pokémon verloren eigentlich unsere zwei Walls, könnte man sagen. Das passt ja eigentlich. Solange wir offensive Kraft noch haben, ist das irgendwie in Ordnung so. Wir gehen auf Chili Reception. Der wird hier rauswechseln. Wenn nicht, gehen wir in Staraptor. Aber Staraptor ist insane, muss ich sagen. So, er geht in Mogram. So, das Pokémon, vor dem habe ich Angst. Wir gehen in den Backsliderwing und drücken hier einfach Close Combat. Er hat keinen Ghost-Type. Okay, Kolossal, weg mit dir. Hat der denn einen Rocky-Helmet? Der hatte sogar einen Rocky-Helmet. Okay. Wir könnten mal Overused eigentlich mal ausprobieren. Denn Overused habe ich noch nie gespielt. Dass es mir derzeit keinen Spaß macht. So, greifen wir einfach mal an mit Close Combat. Ja. Oder First Impression. First Impression. Ich würde am liebsten mit Backs Calibur auf Plus Eins geben. Aber wenn er mich paralysiert, wäre das nicht so gut. Ähm, wir bleiben hier drinnen. Was will ich da reinwerfen? Okay, wir tanken jetzt, Haki. Und kommst du doch schon, Sliderwing. Wir killen das Pokémon. Seht ihr die Kraft von Sliderwing? Ja, das ist natürlich jetzt nicht der beste Ramoth-Klon. Auf keinen Fall. Aisha killt uns. Ja, so. Reckless Flying, oder? Hm. Wir sind schneller mit ihm. Der ist live auf. Der Kreisch hat gut zu wissen. So, wir gehen ins Der Raptor und drücken Terror-Crystalize-Sage und Brave Bird. Ah. Hm. Warum killen wir dieses Ding nicht? Watt? Oh. Alter, ich himm mich ja gar nicht aus bei den Monds. So, ähm. Slowking. Slack off. So, der kann Freeze-Train. Nani? Hat den guten Spitalangriff. Was kann der dann alles? Tranglor, Trachy-Meteor. Mix kann man den Spiel. Eishark. Eishark. Schütternd. Clayfrash tanken wir sehr schön so. Ähm. Future-Side? So. Oh, wir tanken sogar noch eine Attacke. Okay. Das passt. So geht der jetzt in Mogramm? Das ist die Frage. Wir sind langsamer als ein Damn Lucario. Das heißt, wir müssen es opfern, maybe? T-Wave. Die Donnerwelle passt. So, wir haben hier EQ ja. So, wir gehen jetzt auf Slack auf, wir sind langsamer, aber okay. Gewinnen wir dadurch EQ them all? Nein, der kann ja jetzt. Bullet Punch. Ah, damn it. Ja, okay. Dieses Tinkerton Ding. Ist das Ding gut oder nicht? Gegen den Backscalibur, Indeedee, Havluch, Emerald, Tinkerton und Wojian. Gut, so. Wir gehen mal mit Donn fahren. Oder ist das der Blair? Okay, der Gegner hat ein hohes Rating. Mal überlegen, so. Resslatero, Tinkerton. Der ist nicht bulky. Warum eigentlich? Ach. Wir könnten mit Sliderwing leaden. First Impression lead ist, denke ich, auch nett. So, im letzten Kampf habe ich einfach die Kraft von Starapto überschätzt. Ja, das ist einfach zu wenig. Ich habe sie überschätzt. Ich habe Tinkerton überschätzt. Ich wusste nicht, dass Backscalibur Freestrike hat, aber man lernt dazu, wie gesagt. Ja. Aber ich muss sagen, Backscalibur ist gut, aber... Ne, Lumberry würde ich auch gerne tragen, aber das passt eigentlich. Ach ja, das ist das Sample Team von... Ja, Gloskowitsch müsste ausrechnen, von Pokémen. Ja, äh... Was ist das? Gibt's noch andere Steeltypes, die... Einen... Ist nicht Starsrocks Steel. So, ähm... Gläfki hat ja das gleiche Typing und ist weniger bulky, aber für mich ist ja bulky. Bulkier. Ich würde wahrscheinlich eher Osborne spielen. Vielleicht gibt's jetzt noch ein Part mit dem Team, aber... Wir spielen das ein wenig anders. Und Donphan! Oh! Das deck gefällt mir gar nicht, gar nicht von Donphan. Wieso? Thunderwave. Aber jetzt wirklich. Okay. Cress-Type. Terra plus Cress. Wir tanken der Attacke. Insane. Überrascht mich. Wir können jetzt den Tinkerton gehen. Und Donphan vielleicht auch austauschen. Oder vielleicht Fortress sogar reintun. Und dann eine andere... Fairy. Okay, das war ein Crit, aber... Der wird immer gewone-shottet. Ja, Slytherwing. Und Close Combat. Was ist sein Switching? Man könnte sagen, Armor Roche ist der Switching, aber... 600 Attack mit Close Combat. Holy Shit, dieses Ding haut er einfach nur rein. So, wir sind langsamer. Das weiß er nicht. Nicht... Nicht Terra kristallisieren! Ich wollte mich nicht Terra kristallisieren! Dammit! Ach! So... Du Double Edge Tio oder Brave Burn mir hier. Der wird hier rauswechseln der. Ich glaube, der will dieses Ding noch behalten. Okay, New Turn ist vierfach effektiv. Nice! So, gut. Das können wir im Back Scalibur gehen und D-Dance drücken. Ich wollte mich eigentlich noch nicht Terra kristallisieren. So, Dragon Dance. Leash Seed. D-Dance. Okay. So, Icicle Spear. Ich dachte, spielt man den nicht mit Protect? Keine Ahnung. Auf jeden Fall killen wir dieses Ding. Wir sind auf Plus 2. So, N-D-D. So... Eisbier, wenn er viermal trifft. Clave Rush müsste dieses Ding killen. Und... Jetzt die Frage, ist Clave Rush doppelt so stark? Oder jede Attacke? Das muss ich mal nachlesen nochmal. Na, Geo oder der Gegner gibt auf. Und wir bekommen saftige Punkte. Ja gut, dann werde ich den nächsten Gegner suchen. Oder warte mal. Auf welchem Rating war der eigentlich? 1590. Juju. Okay. Ja, sogar einen Top 100. Lul. Wir haben die... Top 35 geschlagen mit dem Team. Also ist das Team doch gut. Okay. Oder Back Scalibur besser gesagt. So, der nächste Gegner hat vor Stelka gelegt, Gengar, Bishop, Kilowatt Rail und Salamence. So, wir lieben einfach mal mit Staraptor. Ich habe mich eigentlich verklickt. So, Juta. Haben wir keine... Können wir überhaupt dieses Pokémon sehr effektiv treffen? Eigentlich nicht. Da muss dieses Ding sofort Schaden bekommen. So, Donphan. Dann... So, Stachler. Wir... Knockoffen den. Der darf... Keine Zitrusbeere wahrscheinlich nicht haben. Oder Knockoff generell gegen ihn. Aber was kann Donphan? Kann der nicht mehr Eishat? Der kann Eishat. Ja. Oh mein Gott. Ist das gut gewesen. Eine Sal... Salkerbäre? Was? Warum will er den Speed steigern? Egal. So, EQ nochmal. Jetzt legen wir selbst die Rocks raus. Oder nein. Wir EQ... Warum ist das schneller? Warum ist das schneller, lol? Aber warum ist das schneller? Das war Full Speed Fortress. Full Speed... Ehrlich gesagt, würde ich eher Salkerbäre spielen. Ah, Custerberry, nicht Salker. Wenn du unter 25% bist, kannst du eine weitere... Kannst erst erst agieren. Also, ich würde eher auf den Pokémon Custerberry spielen. Der hat ja auch weniger als 30%. Oder... Nein, eigentlich nicht. Aber trotz... 26%. Ich würde ja trotzdem... Trotzdem mit Custerberry auf diesen Pokémon spielen. Aber, Leute. Das Wichtige ist... Kilowatt Trail könnte hier sogar gut sein. Und... Die Stachlernerven, die will ich auf jeden Fall wegbekommen. Und Becks Kalibur sieht hier auch wieder sehr gut aus. Aber... Hat Donphan irgendwas Neues dazu bekommen eigentlich? Neishat hatte es schon... Z-Bomb auch. Terrorblast hat es nur wirklich dazu... Dazu bekommen. Flail hat es schon... Okay, Donphan muss ich leider sagen... Hat keinen Buff bekommen. Der wird ins Ario oder Enio wieder droppen. Also... Der ist für mich so ein Yu-Yu Pokémon. So ein Stapel Yu-Yu Pokémon. Aber... Der Powercreep in der neunten Generation ist wirklich heftig. Ich muss sagen... Einer... Gen 8 Powercreep mit Dynamax... War jetzt nicht so wirklich in Smog und Singles so dabei. Weil Dynamax ja verboten war zum Beispiel in Moyu. Aber... Ja... Der Powercreep mit Mega war hoch. Mit Sets. Ah... Der neunten Generation der Powercreep... Der ist einfach extrem mit den ganzen starken Pokémons... Die es jetzt gibt. Aber nun gut. Wie findet ihr eigentlich den neuen Hintergrund? Ich finde den gut. Nächstes Mal werde ich mal so probieren. Denn ich dachte mir... Wir spielen mal mit dem neuen Hintergrund. Sieht erfrischender aus. Sieht schöner aus. Aber besonders... Frisch. Okay... Der geht in... Das Pokémon und wir können hier Rapids mannen. Oder er prediktet dies. Dann gehen wir auf Knock Off. Ah... Ehrlich gesagt... Shadow Ball tanken. Jawoll. Und weg mit dir Gengar. Ehrlich gesagt... Will ich ne... Choice Grau... Sehr gut. Wir haben einen Choice Grau verbisigt. Ehrlich gesagt... Würde ich gerne so eine... Offensiveste Variante... Probieren mit Eye Shot. So... Wir Rapids binnen hier... A Leaf Blade jetzt erst live. Ob gut zu wissen. Wir können jetzt ins Staraptor gehen. Und... Terra kristallisieren wir uns? Boah... Ja wir werden jetzt mal... Terra kristallisieren und Brave Bird drücken. Ist das der Play? Ja wenn er Shadow Sneak vielleicht drückt. Kilowatt Rel ist deshalb denke ich mal ein Two Shot oder? Ja... Es wäre schon vorher ein Two Shot. Okay... Aber Kilowatt Rel... War halt schnell. Das ist das Problem gewesen bei diesem Pokémon. Weg mit dir. Okay... So... Staraptor soll anscheinend ein richtig gutes Pokémon sein. Derzeit. So... Wir gehen jetzt in... Tinkerton. So Tinkerton. Stirb bitte nicht. Mode Breaker... SD so... Wir gehen aufs Donnerwelle. Du wirst ja schon wieder sterben. Okay... Bitte, bitte komm durch. Bitte komm mit deine... Und keine Lumberry bitte. Danke. Wir gehen jetzt mal auf Play Rough. Oh mein Gott Tinkerton macht jetzt was. Aber wie... Ich finde das Pokémon nicht gut. Der ist trash. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. So... Wir können hier... In Slider Wing gehen? Maybe Sucker resisten wir. Ja wir gehen in... Wir gehen in ihn und drücken... U-Turn maybe? Ja für... U-Turn. First impression. Will ich mir behalten. Warum... Ach... So... Backscalibur. Wie die dancen hier. Das ist ein bisschen schneller. Bitte geh auf Sucker. Nein! Para. Full Para. Jawohl. So Ikyo ist... Jawohl. Das müsste vielleicht sogar ein GG sein. Aber Backscalibur ist wirklich ein Monster. So Icicles wir... Und das... Ich muss sagen... Das Item... Loaded Dice ist besser als gedacht. Wir haben den... In diesem Part schon öfters gebraucht als gedacht. Also Backscalibur ist wirklich ein Monster. Das muss ich schon sagen. Aber... Wisst ihr was? Wir spielen jetzt Tinkazon einen anderen Fairy-Type. Fairy... Wir probieren einfach mal Glefki aus. Protect... Thunderwave... Dann spielen wir noch auf den... Dazzling Gleam... Kann der Buddy Press? Der kann jetzt schon Buddy Press, aber nicht. Okay, dann spielen wir V-Play und Dazzling Gleam. Und spielen wir den physisch Defensiv? Nein, wir spielen den eher Mix Defensiv. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Sette und fertig. Minus Angriff, passt. Denn Tinkton hat wirklich gar nichts gemacht. So, der nächste Gegner hat... Sette, Titan, Electros, Heracross, Donphan, Abomas, Gnome, Bishop. Gut, Bishop ist eine Bedrohung. Und ich muss sagen, Bishop ist auch stark. So, wir... Ehrlich gesagt will ich mir deshalb dieses Mal Donphan für Bishop aufbewahren. Wir könnten mit... Wir lieben mal mit Sliderwing. First Impression. Zum Ausgaben ist er auch schön gut. So, wir gehen hier auf Close Combat. Ist ein Two-Shot. Sogar ein sehr guter Two-Shot. Er hat auch kein Ghost Typing. So, das Choice-Spin ist weg. Ehrlich gesagt... Ist das okay, denke ich zumindest. So, Electros ist ein Two-Shot. Warum will er sich Donphan aufbewahren? Verstehe ich jetzt nicht. Zum Rapid Spinnen... So, Heracross da. Wechseln wir raus in... Ich sag, Donphan will ich mir aufbewahren. Clefki ist diesen Kampf jetzt nicht so wichtig. So, Clefki. Megahorn resisten wir. Und jetzt können wir... Warum spielen wir auf dem Pokémon nicht die Spikes? Das macht keinen Sinn, wenn wir Rapid Spin spielen. Spikes. Ähm, deswegen Clem. Abomasnow kommt rein. Wie viel Schaden bekommt das? Es ist okayer Chip, so. Was will dieses Ding gegen uns tun? Abomasnow hat eigentlich, glaube ich... Gute Werte im Angriff. Spezialangriff und Angriff. Müsste gleich sein, oder? Abomasnow... Ja, aber wir gehen auf V-Play. Und wir machen weniger Schaden. Holy Shit. Aurora Whale. Wir gehen auf Thunder Wave. Earth Power Them All. Wisst ihr, wir könnten jetzt you protecten. Aurora Whale auszuholen. So, der hat... Der hat wahrscheinlich auch Light Clay, oder wie die Attacke heißt. Ähm, Protect wieder. So. Okay, ja kein Light Clay, gut zu wissen. Der will die Attacke jetzt nochmal aussetzen. Damit kommt der 32% Schaden ab. Aber welches Item spielt der dann auf Abomasnow? Ach ja, die Heavy Duty Boots da wahrscheinlich. Dazzling Cleam. Und nochmal Dazzling Cleam. Ja, seht ihr schon? Clefty macht jetzt schon viel mehr, als Tinkerton gemacht hat. Na ja, Clefty kann einfach mehr. Ach ja, auch wenn Tinkerton mehr Schaden macht, vielleicht hätte ich den als Damage Stealer verwenden sollen. Kann gut sein. Kann gut sein. Aber Steel Fairy ist für mich eher defensiv. So... Dazzling Cleam und weg mit dir. Sehr schön. Und... Hat schon wieder sehr viel Recovery. T-Wave geht nicht. Der kann Belly Trum und Slush Rush hat der... EQ Tank mehr nicht. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen jetzt in Slider Wing und drücken... Close Combat. Können ein Pokémon eigentlich jetzt so besiegen, denke ich. Oder auch nicht? Was? Nani? Nani? Ach ja, der hat insane viele KP, war das nicht so... So. Wir gehen nun in... Starruptor und drücken ne U-Turn. Starruptor will ich mir für Heracross aufheben. Okay, der hatte Eyeshot. Das war dumm von mir. So. Wir gehen jetzt in Bugs Calibur oder... Slowking brauchen wir nicht. Hm. Weißt du was? Wir gehen jetzt in Dawn von... Der wird jetzt in Heracross gehen. Oder in Bishop. Das ist perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Wir haben Sturdy, also wäre mir das komplett egal, ist... Nur ein Two-Shot. So, Iron Attack mir. Bitte kein Flinch. Danke. Weg mit dir. Und jetzt hat er nur noch Heracross. Da können wir Knock Off drücken. Wenn er mich irgendwie überraschen will. Und Scarf... Starruptor ist immer schneller. So, der hat den Joy Scarf. Okay, dann Rapid Spin wir hier. Gut, dann kann Starruptor das Game mit Brave Bear banden. Und dann... War das eigentlich ein erfolgreicher Part? Wir haben bewiesen, Clefger war besser als Tinkerton. Aber Leute... Ich muss sagen, Bugs Calibur ist ein Monster. Ob das Pokémon in Jujo bleibt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao. Ciao! ...